Guten Tag junge Frau. Guten Abend, bitte schön. Ja, ich habe mal eine Frage. Ich bin ja mit meiner Frau hier und ich würde gern irgendwas Besonderes bieten. Sie haben doch zum Motto-Partys. Gibt es das dieses Jahr auch wieder? Ja, da haben Sie Glück. Da findet auch genau morgen eine statt. Und zwar ist das Thema weihnachtlicher Hüttenzauber mit Schlagerparty. Haben Sie denn noch einen Tisch im Angebot? Ja, ich habe noch Tische frei. Ich bedanke mich. Gerne. Schönen Abend für Sie. Schönen Abend auch. Tschüss. Ja, wiedersehen. Grüß Gott, meine Frau. Ja, hallo. Ich grüße Sie. Schönen guten Tag. Kann ich Ihnen helfen? Ich habe gerade gesehen, dass Sie hier anscheinend die Fäden in der Hand halten für die Veranstaltung heute Abend. Naja, so kann man es nicht sagen. Wir sind im Hintergrund das Organisationsteam. Gut, gut. Dann will ich Sie mal nicht weiter aufhalten, weil es sollte alles schön fertig werden bis heute Abend. Alles klar, dann sehen wir uns heute Abend. Auf jeden Fall. Dann legen wir die heiße Sohle aufs Parkett. Ja, das können Sie gerne tun. Tschüssi. Tschüss. Ja, das ist mal eine gute Sache. Grüß Gott. Hallo. Was machen Sie denn da? Ich decke schon mal ein für unsere Adventsmotto-Party. Adventsmotto-Party? Da habe ich mir gerade noch Karten besorgt. Ja, ist auch mal schön so kurz vor Weihnachten noch mal ein bisschen feiern. Ja. Ja, wir freuen uns auch. Ja, tschüss. Ja, das machen wir jetzt Abend. Grüß Gott. Hallo. Für was sind Sie denn zuständig? Ich mache hier die Dekoration. Die Dekoration? Ja. Und der ganze Krempel, der hier rumsteht, ist alles für die Deko? Genau. Aha. Und was zaubern Sie aus dem ganzen Zeug? Wir zaubern hier einen Hüttenzauber. So recht kann ich es mir ehrlich gesagt noch nicht vorstellen. Ja, aber das wirst du schon sehen. Gut, dann wünsche ich mal noch frohes Schaffen. Ja, danke. Tschüssi. Tschüss. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Du bist der DJ heute Abend, nicht? Korrekt. Oh, wie kommt denn das in der Regel an? Jetzt tanzen die Leute hier eigentlich viel. Du hast ja schon ein paar Motor-Partys mitgemacht. Ja, von Anfang an bis zum Schluss. Bis in die Morgenstunden, würden wir schon sagen. Und was ist denn das hier? Ja, Skippy, hier gibt es einen schönen Kluss mit den Truthranen. Da wird nachher noch ein Koch dahinter stehen und wird Ihnen schön in ordentliche Portionsstücke schneiden, sodass jeder was abbekommt. Okay, das ist aber alles noch nicht ganz fischotterig. Na, jetzt haben wir noch ein Highlight für dich. Dann komm mal mit. Das ist ja Wahnsinn. Oh, das ist ja ein Fischotterparadies hier. Hier haben wir Lachsforellen. Hier haben wir einen Exoten. Das ist ein Zackenbarsch. Und hier haben wir Rotbarsche. Ich sehe schon. Kann ich mir hier einen Hocker hinstellen? Hier bleibe ich den ganzen Abend. Na, sicher. Auf jeden Fall. Einen wunderschönen Abend bei mir, Skippy. Sie sehen ja zauberhaft aus heute Abend. Darf ich Sie zum Platz geleiten? Ja? Dann gehen wir mal los. Und ich freue mich, heute Abend mit meinem Team der Marina hier Gastgeber sein zu dürfen. Oh, bitteschön. Das ist Ihr Platz heute Abend. Das ist super. Ganz, ganz viel Spaß. Da haben wir einen guten Überblick. Ja. Bis zum nächsten Mal.